ich zeichne mir am besten das muster welche möglichkeiten es gibt einmal auf jedenfalls schon mal die oberen teil die unteren ich weiß gar nicht wie die zusammenfügen soll ach so der oben geht noch rechts gehen wir mal davon aus der stimmt und dem hier aus das gar keiner dann wenn wir jetzt von diesem punkt wenn wir jetzt hier sind weil wir hier zack wir selbst wenn das jetzt so passt muss ich mal kurz überlegen welche möglichkeiten es gibt denn gibt von hier noch dazu kommen wenn das das ziel ist hier runter dann zack zack oder so so probieren einfach mal aus zeichnung bitte zwei nach links ja muss ja okay klappt schon mal nicht ah guck mal ich habe die anderen äste noch gar nicht angeguckt ich habe mich nur auf den einen fokussiert sehe ich gerade der nach unten mit der wird auch abbrechen fokussieren wir uns erstmal auf einen sonst haben wir nachher noch mehr probleme mal kurz hier so unten haben wir unten haben wir unten haben wir mal kurz gucken wo er anfängt da ach so der muss von da kommen oder was also so haben wir das nicht schon ausprobiert aber warum jetzt können wir gucken ob das stimmt nur ein teil über einen und das ist der der nicht ausgefüllt ist und ein teil ist aus gefüllt fragt nicht nach mir egal keine ahnung so was jetzt passiert ok das ding geht da vorne hin dass wir müssen hier irgendwie aufmachen kann das sein geht das dort auf ja oder ich gehe mal kurz raus und guck mal ob da irgendwas an je kommen ist und die tür ist immer noch zu der ist auch perfekt beleuchtet der typ ne wenn das ja ich nur gerade so aha wie haben wir denn bitte in der letzten dreiviertelstunde drei dinge aktivieren können das ist noch eins oder oder müssen wir noch was machen ok das hier war nicht wirklich lang jetzt im ganzen gesehen genauso wenig wie das mit den reflektionen mit dem mit dem mit dem durchscheinen und dem bild haben jetzt finde ich sollte die tür dann mal aufgehen oder müssen wir die von der anderen seite auch nein jetzt kommen kommen die jungle sounds gleich leuchtet leuchtet der jetzt schon yes haben wir es eben schon gesehen also das rausgefahren ist ja habe ich schon gesehen toll so l jungle finde ich nur mit glück so anders ich wollte die stadt nochmal ich wollte nämlich das eine rätsel jetzt noch probieren mit den sternchen die wir da haben vielleicht finden wir da irgendwas interessantes raus oder kriegen immerhin eine tür auf richtig dass das ding hier fehlt noch die die ganzen zerstörten gebäude hier weiß nur gerade nicht wo das was hier ja dinge dinge ich muss gerade mal kurz überlegen 333 ok also sich die obersten beiden reihen und unten links doch zwei stücke also könnten das sein ich kann natürlich auch so machen noch ein weiter theoretisch muss ich hier dicht machen theoretisch dann würde ich vielleicht hier mit anfangen 2 jeweils zu trennen wieso wird das nichts eigentlich sollte das passen tut es nicht aber wir die unten auch nicht ich denke es gibt eine lösung für diese probleme 1 ich weiß wieder genau falsch rum vielleicht muss ich vielleicht die außenkante hier erstmal aber ich muss ja hier an kann natürlich wirklich das hier sein theoretisch geht auch nicht also vom ding her weiß ich wie es funktioniert müssen wir es noch hinkriegen ein Hmm. So oder so ähnlich. So ähnlich. Nein! Uns fehlt nur... Uns fehlt so wenig. Es umdrehen. Habe ich immer noch das Problem. Ein größeres Problem. Okay. Eigentlich hätte ich gesagt, passt das. Eins, zwei, drei. Ah, ich rechne jetzt mit vier, nicht mit fünf. Okay. Muss ich nochmal nachdenken. Eins, zwei. Okay, jetzt habe ich ein Problem dann. Dann... Ich habe mal mit vier gerechnet. Ich muss mal kurz rechnen, wie viele Blöcke die insgesamt einnehmen. Sechs, zwölf, fünfzehn. Heißt... Eins, zwei, das passt... Ich muss jetzt so oder so trennen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das am besten mache. Passt schon nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe unten zu viele, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich trenne die nur voneinander. Das ist schlecht. Eins, zwei, drei, vier. Ne, so darf ich das nicht rechnen, weil der eine muss ja oben dann in die Kante mit rein. Wenn ich den... Muss eigentlich von rechts dann. Eins, zwei, drei, vier. Okay, das passt. Sagen wir, ich packe drei Stück nur in die rechten beiden Spalten. Muss ich drei Stück noch auf die anderen verteilen. Das passt nicht. Neh. Nachdenken, nachdenken, nachdenken. Und das wäre der erste, so gesagt. Das... Das wären zwei. Das wären drei. Weil ich musste hier drin haben. Immer von denen aus. Das wären vier Stück. Eins, zwei. Genau. Jetzt muss ich sie an sich so anordnen, dass sie... Dass zwei meinetwegen so sind. Also einer so. Und dass ich Lücken dazwischen habe dann... Ich habe nur noch eine Spalte sonst übrig. Hm. Zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das passt schon mal für alle von denen. Ich habe nur noch eine Spalte sonst übrig. Also. Nur, dass ich es mir merke, mache ich das jetzt. Zwei. 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 Eins. Zwei. Eins. Zwei. Eins. Eins. Und da oben. Zwei. 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 Wie kann ich das jetzt mit dem anderen vereinbaren da drin? Ich muss ein Stück dann hier runter. Können es natürlich auch. Verkehr drum machen. So geht es auch nicht. Hmm. 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 das geht auch nicht das könnte gehen 12 2 3 4 ach jetzt sind die wieder getrennt es ist genug überlegung zu halten hier gibt es nichts ernsthaft es geht hier runter so ein geräusch ding aber wo ist das geräusch muss man von klein nach groß schalte ich den raum muss das geräusch irgendwo anders auffangen oder ich muss hier irgendwas anmachen der ist kaputt deswegen kommt hier auch nichts das ist schade ich gucke mal wo das kabel hingeht vielleicht hören wir da ein geräusch aufs dach oder was hier müssen wir alles also zusammentragen von dem was wir schon mal gemacht haben liege ich da korrekt was ist das für eine nase okay wir können ja erstmal in die mühle unten reingehen wir gehen noch hier runter oder ja wir haben ja noch ein so ein hexagon dings hexagon lösungs was auch immer diese die dinger hier deswegen ich weiß nicht ob ihr es gesehen habt oh nein umdrehen okay warte passt so it's absolutely simple what i have to say to you it's what my teacher said to me and i'm still deeply discovering the reverberation of that and it's simply stop looking for what you want not cynically stop looking for what you want because there's a way of stopping looking for what you want in resignation and cynicism and closing down but innocently openly stop looking for what you want in this moment not tomorrow when you have it but in this moment to take one moment whatever it is you want however mundane or profound and just stop looking for it and you will find more than what you could ever want because more than what can be wanted is already who you are it's too simple to be grasped but absolutely completely realizable if and it is a huge if of course you are willing to give up your hope that what you want will be found in the next thought or the next activity or the next day or the next man or the next woman or the next teaching or the next experience so that's huge that's the challenge and I've blessedly traveled to Australia to challenge you in that direction that directionless direction it's so simple that it has to be said over and over because it just slips right by the mind and if it's said over and over and in enough ways and then not said it can just be revealed not as something new but as something absolutely fresh not new but fresh who you are is not new but it is always fresh who you think you are is old and dead let me just keep trying to think think it a little better squeeze some life is that clear it is because that's really the basis of what I have to say it's not a teaching it's not a belief system it's not a way to live your life it's not a should stop it's not an if you stop you will be rich and famous and universally loved and never have a sad moment none of that I promise but if you are willing to investigate for yourself without believing it or learning it or hoping to get something from it just a pure investigation out of the natural curiosity of the human mind just to investigate for yourself what is here when I stop trying to get anything and how much of that is here and where does that begin and where does that end and then the question am I willing to trust that and then the challenges get very big but we'll get to that later Kann sein, dass ich ihr Buch gelesen habe wenn das die ist Geht gleich weiter Wenn das die Autorin ist, die ich meine weil sie gerade aus Australien das Traumfänger falls irgendjemand das sagt oder halt Mutant Down Under auf Englisch Ich muss mal kurz suchen, ob die das ist Ich muss nur mal rausfinden wer das geschrieben hatte wie der hieß Ich wusste das mal Naja Wenn das so ist der ist interessant Ne, ist es hier nicht Oder? Ne Nur kurz Jetzt interessiert es mich Ne, ist eine andere Okay Trotzdem Das was sie sagt ist interessant Wenn ich gedacht ist das Spiel jetzt noch sowas unbedingt Gut, ich hab Am Anfang gab es schon mal ein Video Ich hab da kaum noch Erinnerung dran Ich glaub das war ein War es ein Schwarz-Weiß? Ein Kerl? Ne, ich glaub das war nicht ein Schwarz-Weiß Bin mir gar nicht sicher Die sagt ja Die sagt ja auf jeden Fall ja Dass man einfach Das was Meister Yoda sagt Fast Ähm Das was man will Aber loslassen Dann ist man glücklich Und das zu wollen Nicht nur Materiell ist Sondern auch Wohin man Progressen will Sag ich mal Was man erreichen will Morgen Oder was man das Und das Und das Das ist einerseits Natürlich richtig Ist deutlich entspannter Aber Mit dieser Freude Und dem Nicht wollen von irgendwas Stirbt auch die Ambition Also Man ist wenig motiviert Und Es spielt ganz viel rein Können wir noch später drüber reden Ähm Andererseits Ist es sehr wichtig Rauszufinden Wer man selber ist Auch wenn man Ja ich bin Ja genau Der und der Und dies und das Und jenes Ähm Wenn man erstmal rausgefunden hat Wer man ist Ist viel besser Ist nicht alles korrekt So finde ich Meiner Meinung nach Aber Pessimisten Sind sehr schnell Oder könnten Wenn sie den richtigen Weg nehmen Direkt da ankommen Wenn sie sowieso Nichts mehr erwarten Und meinen es sowieso Egal Nichts wollen Ja gut Ja gut Da spielt noch der Pessimismus Dann noch mehr mit rein Aber Falls sich ein Pessimist In irgendeiner Form Dazu Verleiten lässt Mal In eher Richtung Realist Oder Fast sogar Optimist Zu gehen Und vorher so eine Einstellung hatte Kommt man genau zu dem Was sie gerade erzählt Ein Bild Ein Bild Ein Bild Ein spirituelles Ein weltweit Ein Bild Ein Bild Ein Bild Ein Bild Ein Karriere Ein Bild Ein Bild Ein Bild Ein Bild Und direkt Was ist hier Ein Bild Zweites Problem Wenn du es tatsächlich schaffst So weit zu kommen Und die ganze Zeit meinst Brauch nichts Alles gut Ist ja auch schön und gut Wirklich für dich selber Ist das schön Wenn das allerdings viele Viele Menschen machen würden Beziehungsweise es würden Im Leben nicht alle machen Unmöglich Also nicht unmöglich Aber das würde Dann würde man Ein komplett neues System brauchen Ein Nullpunkt wieder Und dann würde man So anfangen Und dann würde es Trotzdem immer noch Also Menschen sind eigentlich Nicht dafür gemacht Dass alle so sind Ja ist auch egal Gut Wir sehen uns gleich wieder Wir sehen uns gleich wieder Untertitelung des ZDF, 2020